FIFA 22 ist am Ende und die FIFA 23 Season beginnt genau jetzt auf diesem Kanal. Ihr habt euch wieder FIFA gewünscht, auf diesem Kanal kommt wieder FIFA und das ist das erste Video. FIFA 23 News Nr. 1 und natürlich möchte ich ganz gut sagen, es kommen Starter-Teams, es kommt Trading, es kommt alles mögliche. Wir sind aber auch jetzt gerade live auf Twitch mit Warzone und wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, den Link unten in der Videobeschreibung zu meinem neuen COD-Kanal. Der hat keine Abonnenten, gar nichts, das ist kein alter Kanal, weil ich jetzt einfach einen neuen Abschnitt starten möchte und das ist mit COD. Jeder, der sich für COD interessiert, würde mich unheimlich supporten, wenn ihr darüber geht. Erster Link in der Videobeschreibung und wir sind auch jetzt gerade live auf Twitch und zocken ein bisschen in Warzone, wenn ihr da ein bisschen zuschauen wollt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt gar nicht mehr lang rum, jetzt startet es und die Videoqualität wird bombastisch. Also in Zukunft. Wir fangen ganz simpel an. Am 20. Juli soll es, oder wurde glaube ich sogar schon bestätigt, den ersten Trailer zu FIFA 23 geben. Ich denke, wir werden hier, wenn es nicht gerade zu der gleichen Zeit, am gleichen Tag ist, wo Call of Duty auch vorgestellt wird, werden wir hier ein Livestream machen. Ob ich ihn selber kommentieren kann oder nicht, kann ich nicht versprechen. Aber ihr wisst es ja, wie ich mache. Ich mache einen Countdown, ich streame dann sozusagen einen Countdown, dass wir alle zusammen halten können und vor allem hundertprozentig in den Kommentaren uns drüber unterhalten können. Und ihr werdet dann auch diesen Trailer direkt von hier auch sehen in dem Livestream. Vielleicht habe ich Glück und bin an diesem Tag auch da. Aber höchstwahrscheinlich nicht, weil es ein Mittwoch ist. Aber wir werden das auf jeden Fall auf diesem Kanal streamen. Deshalb schon mal abonnieren. Dann gehen wir mal weiter. Ja, Kilian MRP soll der Coverstar sein. Ich glaube, jetzt für die wenigsten überraschend. Aber, ja, man weiß es einfach so ein bisschen. Und es wurde angeblich auch schon die erste Karte gelegt. Die seht ihr jetzt gerade. Viele sagen, das kann nicht sein, das Spiel zu früh. Natürlich kann es sein. Er arbeitet mit EA zusammen und die werden nicht jetzt erst mit den Stats anfangen. Vor allem bei solchen Spielern wie Kilian MRP. Und da kommt es auf das Besondere. Ihr seht, er hat eine 92. Und 92 soll auch das höchste Rating sein. Was mich schon sehr, sehr stutzig macht. Weil Messi und Ronaldo haben keine 92. Sie sollen eine 91 haben. Lewandowski, Benzema, Niedriger. Wer hat dann noch eine 92? Ich könnte mir vorstellen, MRP als einzigster sogar nur bei Haaland eine 92 jetzt schon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, welcher Spieler noch eine 92 haben könnte. Was ich sehr, sehr krass finde. Dann das nächste Thema. Ich mache es ganz schnell und kurz. Ich will euch gar nicht lange halten. FIFA 23 Design. Ihr seht es. Das ist so das Loading Screen und so. Und in diesem Design wird es sein. Genauso die Karten, die ersten Karten wurden geleaktet. Ihr habt es ja gerade schon bei MRP gesehen. Aber jetzt habt ihr hier mal die Brausekarte und so weiter. Ja, was sage ich denn. Designs kann EA. Brauchen wir gar nicht, gar nicht reden. Aber jetzt gehen wir mal zu einem Punkt, den ich sehr, sehr geil finde. Den tue ich selber jetzt mal ganz kurz zu öffnen. Und zwar die FIFA 23 Ultimate Edition. Und zwar bei der Ultimate Edition, seht ihr, bekommt ihr den Leihspieler MRP. Dann Wants to Watch. Das kennen wir da. 4600 FIFA Point. Karrieremode, bla bla, drei Tage Early Access und so weiter und so fort. Und ein paar Leihspiele. Aber was wir auch sehen, World Cup Hero Item. Wir wissen alle, an Weihnachten oder an Weihnachten, im Winter eher gesagt, von November bis Dezember, glaube ich. 20. Dezember ist, glaube ich, Finale, wenn ich mich nicht täusche. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ist die Weltmeisterschaft in Katar. Und da bekommen wir einen World Cup Hero. Bin sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Map Design. Äh, Map Design. Kartendesign. 10 von 10, meiner Meinung nach. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns direkt auch mal das nächste Thema an. Und zwar die Heroes. Allgemein die Heroes. Ihr seht es jetzt gerade, es gibt mehrere neue Heroes. Wir fangen oben an mit Aljovaran, dann Junino, Lucio, Yarsino, Zico. Und da ist schon das erste Problem. Ich weiß nicht. Also, man muss immer sagen, Leaks sind keine bestätigten Sachen. Punkt. Weil hier auch ein Gerd Müller, Rudi Völler und so weiter drin ist. Und ich zeige euch das Bild. Also, ihr seht das Bild jetzt gerade. Ihr könnt eure eigene Meinung bilden. Ich glaube, es kommt nicht so, weil es wurde zu 99% schon bestätigt, dass die, äh, die neuen Heroes, also die neuen Icons wurden zu 99% bestätigt. Und die, äh, zeige ich euch genau jetzt. Und zwar sehen wir hier einen Gerd Müller, Zico, Yarsino, Batistuta und Völler. Und die wurden auch gerade bei den Hero-Leaks. Aber die Icons sind von Foodzone und allgemein, glaube ich, die wurden in den Daten oder so gefunden. Schlagt mich jetzt nicht fest, aber die wurden zu 99% kommen, genau diese Icons. Und Müller, Gerd Müller als Hero, wenn er frech hat, genau wie ein Zico, den gab es schon mal als Icon. Äh, Völler und Batistuta und Yarsinio, Yarsinio kenne ich jetzt nicht, aber allein schon von den Stats und so weiter, bin ich mir zu 99% sicher, dass wir haben Icons. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr habt jetzt alles gesehen. Ähm, und ich will euch gar nicht mehr lange auf die Folter schreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich sehr. Kommt jetzt auf Twitch und abonniert gerne meinen zweiten Kanal. Let's go.